Frei nach dem linken Duktus hätte ich doch da gern mal Beweise. Ja, handfeste Beweise. Personen, die festgenommen werden und verurteilt werden. Das hätte ich doch gern mal. Oder wird da nur alles vorgetäuscht? Denn man weiß ja nie bei so linksextremen Gruppierungen wie den Spezialdemokraten, ob sie gerade mal was vortäuschen. Es gibt ja auch grüne Kommunalpolitiker, die ihre Autos selbst mit Hakenkreuzen beschmieren. Was dann auffliegt? Nun unterstelle ich nicht, dass Prof. Dr. Lauterbach sich selbst entführen will. Das nicht. Aber Beweise hätte ich gern.